Hier ist wieder euer Exido mit dem Penis-Piraten-Song. Ich kann es kaum erwarten, ich hab schon einen Harten. Jetzt kommen die Penis-Piraten. Jetzt werde hier gestoßen, von Kleinen und auch Großen. Und Raketen kommen angeflogen. Ich muss auf die Schwänze springen, sollte mir das echt gelingen. Dann schieß ich auch zurück, nur noch ein paar Teferlern. Denn dann ist alles ausgestanden, ja, das wär mein Glück. Jetzt kommt die zweite Phase und ich komm in Ekstase und hau den Doc auf seine Nase. Niemand kann mich stoppen, ihm auf sein Maul zu kloppen, bis er versucht, hier wegzuroben. Ich mach seinen Plan zunichte, wie wir schon in der Geschichte waren. Lernt er es denn bloß? Aber schon nach ein paar Wochen kommt er wieder vorgekrochen. Dann geht's wieder los. Danke fürs Zuhören. Tschüssi, Kowski! Kowski! K 빠�隅! Kちょっと gesinnt die Pause! Andrato!